und zwar habe ich hier eine dicke fette genuherde vor mir da ist ein tier genau das da was eine besondere färbung hat das will ich ganz gerne schießen ja so sieht es aus jetzt wird es laut ist das eine riesen fette erde und und 3 Schüsse abgegeben, keiner davon erfolgreich. Oh man, dann gehen wir die Tiere mal suchen, würde ich sagen. Das ist aber eine richtig fette Erde hier. Ich glaube ich habe ihn gut getroffen. Oh, ich habe ihn gut getroffen, der müsste gleich hier irgendwo liegen. Er nagt nicht sofort. Aber was soll's. Ja, da liegt er. Da liegt er. Sieht interessant aus. Das Tier. Eine Goldwertung. Hm. Okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ganz gut getroffen sogar. Jo. Nice. Nice, nice. Nice, nice. Ob ich die anderen getroffen habe? Aber absolut keine Ahnung. Hier sind so viele Spuren. Deswegen, ähm... Ja. Keine Ahnung. Einfach mal rumgeballert. Wie ein Wilder. Wie ein Wilder. Und da liegt sogar noch einer. Ja, hab ich doch ganz gut getroffen eigentlich. Oh, woh, 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 woh. Holy Moly, was ist hier los, ey? Hilfe. Die drehen durch... Oh mein Gott... Die drehen durch... Die drehen richtig am Rad... Ich bin fast tot... Oh... Es war knapp... Richtig krank... Ich wollte doch nur mein geschossenes Tier aufheben... Fast bald draufgegangen... So weiter geht's... Ein Warzenschwein auf der rum... Was guckst du mich denn so an? Das warzenschwein liegt... Hier ist ne Silberwertung... Kein Effizienzbonus... Okay... Kleineres Kaliber nehmen für die... Beim nächsten Mal weiß ich's besser... Den Bock gerade gesehen... Und da sind sie... 300... 300... Oh ich würd sagen wir üben jetzt ein paar Fernschüsse... Das war's... Wenn es eine Strecke geht... Das war's... Das war's... Ding! Ja... Oh, der liegt. Der liegt. Der ist der erste. Mal schauen. Oh, sogar eine Goldwertung. Auch nicht schlecht. Aus fast 400. Fast 400 Meter. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Junge, das war auch nicht schlecht. Silber, ok. Weiter geht's. Die GNU-Jagd ist eröffnet, würde ich sagen. Ein paar haben wir da noch. Wie viel Meter sind das? 170, ok. Jetzt habe ich glaube ich das falsche Gewehr genommen. Aber er liegt. Aber er liegt. Das ist schon mal gut. Gut. Mal gucken. Vielleicht gibt es damit auch die volle Punkt 2. Ne, gibt es nicht. Ok. Man muss sich die 7mm nennen. Ja. 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 Weiblich? Oh, das war der Nächste. Ich bin gut dabei. Die Herde hat bestimmt noch so 30 Tiere. Scheint ganz gut zu sein, der Treffer. Aber, wo ist das Tier? Da ist es. Da ist das Tier. Und weiter geht's. Oh, das war noch einer. Das war voll in den Arsch geschossen. Völlig unnötig. Das war ein unnötiger Schuss. Und wir verfolgen weiterhin die Gnu Herde. Der eine war auf jeden Fall ganz gut geschossen. Und da liegt auch schon die nächste Silberwertung. Schlecht weiblich. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Der scheint ganz nah zu sein. Oh, noch einer. Der war doch nicht so schlecht geschossen. Der war zwar voll in den Arsch. Aber. Okay. Aber völlig okay. So, und da ist wieder die Herde. Ich schau mal. Ich schau mal, dass ich jetzt noch mal ein männlichen schiesse hier. Zumindest versuche ich's. Sehr leicht. Sehr leicht. Extrem leicht. Sehr leicht. Sehr leicht. Extrem leicht. Puh. Das sind so viele. Das sind so viele. Das ist ein männlicher. Das ist ein männlicher. Ich glaube, ich probier's mit dem hier. Well. Now. Äh. Da laufen die wieder los, das ist ein Haufen, ey. Heftig, oh er liegt, ich hole ihn mir kurz und dann sitzen wir weiter und gucken, also genug Jagd ist auf jeden Fall lustig, dass so viele sind und ja, wie soll ich sagen, man kaum verfehlen kann. Und eine Goldwertung, cooles Ding. Joa, da ist wieder die Herde. Ja, die ich hier versuche kleiner zu machen. Aber irgendwie nimmt es kein Ende. Weil das so viele sind. So sehe ich die nicht mehr. Das ist doch ein schönes Tier. Das ich so gar nicht sehe. Ah, okay. Die kommen mittlerweile hier aus dem Busch raus. Okay. Einzelrestier. Was ist jetzt passiert? Was ist wegen dem Wind? Okay. Okay. Okay, ich verstehe. Wegen der Wände, ich habe gefehlt. Nicht so cool. Der Wind stand nicht so gut. Silberwertung. Nehmen wir mit. Und weiter geht's. Joa, da kommt wieder die Herde. Ich schaue mal, dass ich noch mal männlich, wie gesagt, hier bekomme. Und den nehmen wir. Den nehmen wir. Der liegt. Ja, das kann man natürlich immer weitermachen. Bis irgendwann die komplette Herdeplatte ist. Ich glaube, da werde ich noch ein paar Stündchen dran sitzen. Wenn ich das weitermache. Ja, die nächste Goldwertung. Schön, schön. Ein, zwei Stück machen wir noch. Und dann reicht das, glaube ich, mit den Genus. An derselben Stelle wieder. Dann suchen wir uns das beste Tier wieder raus. Ich glaube, das ist das mittlerweile. Das beste Tier. Hier. 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 Ich bin jetzt auf der Phase der intrigierigung. versucht noch mal zu schießen liegt einer liegt schon mal einer das schon mal gut ich habe ich diesmal ja zwar erwischt ein navel definitiv erwischt das ist auch das männliche tier die nächste gold wertung so kann das laufen hier mittlerweile ist es nacht geworden und ja wieso sagen ich habe zwar noch ein paar genuss geschossen aber die sie nicht der rede wert gewesen und so schaut aus das war eine recht lustige sache mit den genuss konnte man viel schießen aber neue fahne ich hoffe euch jetzt gefallen doch bis zum nächsten mal